Hallo, ich bin's, der Lars, grüße euch ganz herzlich zum weiteren Video und ja, man hört's vielleicht noch an meiner Stimme, wenn ich leicht räusperb, beziehungsweise meine Nase hochziehe, wie, dann, ähm, zieh ich mir grad nicht ne Lein rein, sondern ich bin noch erkältet, leicht angeschlagen, mich hat's erwischt, ich lag ne ganze Woche flach und ja, jetzt bin ich wieder so einigermaßen auf dem Damm, äh, etwas, ne, äh, Hals, Nase, es bleibt ja meistens hängen, das dauert halt ein paar Wochen länger immer bei mir, leider, die Nase, es geht mir auf den Sack am liebsten abschneiden und gegen die Wand werfen, dieses alte Scheißding. Aber egal, ähm, Entschuldigung, kann nichts dran ändern, aber es ruft was angekündigt und zwar Supercell ist grad dabei, viele, viele, viele Sneapiks rauszuhauen, es sind glaube ich schon drei Stück draußen und wir werden heute in dem Video uns erstmal alle drei anschauen und ich werde euch auf jeden Fall kurz zeigen, was Supercell mit Clash of Clans vorhat. Ich würde mal sagen, es ist das größte Update, was es jemals geben wird von diesem Game, beziehungsweise, was es halt jemals gab und das ist wieder das größte. Ich bin hier auf der Seite von Clash of Clans Wiki, ich verlinke das Ganze hier auf jeden Fall, Gruß an die Boys, wenn die zugucken, richtig gute Arbeit, alles super, super schnell übersetzt, da wir ja dumm sind und kein Englisch können, ist das Ganze wunderbar. Und zwar geht's hier los, Oktober 2016, Balanceänderung und Update-Neuigkeiten. Hierbei ging's los mit diesen wunderbaren News, rechts ganz seit, alles klar, noch ein paar Kommentare und zwar, es wird so unmenschlich viel geupgradet, ist einfach nur unfassbar, das gibt's einfach gar nicht. Ja, damit ging's auf jeden Fall los, wenn ihr wisst, wo es die Sneak Peek gibt, und zwar die größeren YouTuber, die englischsprachigen YouTuber, die machen wir dazu im Video und das Ganze bekommt ihr am schnellsten, wenn ihr auf dem Laufenden sein wollt, über Clash of Clans bei Twitter, hab ich auch schon mal geöffnet, hier glaube ich, genau, hier ist es geöffnet, Clash of Clans bei Twitter, folgt ihr am besten, dann bekommt ihr das Ganze mit oder folgt mir, ich heiße ZuschauerLP bei Twitter, alle Twitter und da bekommt ihr auch die Neuigkeiten, weil ich alles immer sehr schnell retreate. Fangen wir an mit den Updates, Neu, Magier Level 7, Rathaus Level 10, denkt daran, für Rathaus Level 10, Trefferpunkte und Schaden von Magier Level 6 leicht erhöht, Magier Level 6 nun auf Rathaus Level 9 verfügbar, bislang Rathaus Level 10, das ist natürlich ziemlich geil, also 99,9% aller geilen Taktiken oder Hybrid-Taktiken sind eigentlich mit Magier und ab dem Update, habt ihr denn mit Rathaus 9 auch die wunderbaren neuen Level von den Magiern, richtig? Geile Schlagsahne. So, so viel Style braucht Zeit, äh, jeder, jetzt tauchen Magier auf hohen Level, ähm, okay, erst der hier, okay, Neu, Verborgene Tesla Level 9, Rathaus Level 11, entfernt, Verborgene Tesla fügen Packers nicht mehr doppelten Schaden zu. Oh mein Gott, die Teslas machen nicht mehr den doppelten Damage gegen Packers. Das bedeutet, Angriffsstrategien mit einem Packer können Sinn ergeben. Bislang war es immer so, Packers, äh, also die KI als erstes, also die künstliche Intelligenz, beziehungsweise die Laufenwald immer Ultrascheiße, die sind so unfassbar schlecht gelaufen und natürlich jeder Tesla hat komplett, äh, jeden Packer weggebraten und jetzt sind sie nicht mehr ein Brathähnchen danach, sondern macht nicht mehr so viel Damage. Ich glaube, der Packer könnte auf jeden Fall eine mächtige Truppe werden, ähm, nach dem, nach dem Update, weil er einfach nicht mehr so viel Damage bekommt. Oder sie, ich glaube, es ist sogar eine sie, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall. Ne, Packer bekommt nicht mehr doppelten Damage und neu verborgene Tesla Level 9 ab Rathaus Level 11. Neue Tesla, nicht schlecht. Neu, Drachenbaby Level 5, Rathaus Level 11, oh mein Gott, Drachenbaby Level 4 ab Rathaus Level 10 erhältlich. Bislang Rathaus Level 11. Neues Level für das Drachenbaby, Level Nummer 5. Habe ich ja noch nicht geupgradet, weil ich ja ein bisschen inaktiv geworden bin in der Zeit, wo das kam. Deswegen weiß ich gar nicht, wie stark diese Drachenbaby sind, aber sie scheißen halt viel in die Pampers. Deswegen passt es auf jeden Fall, mit Rathaus 10 bekomme ich, ich bin ja Rathaus 10 Level 4 Drachenbabys und Level 5 gibt es jetzt mit Rathaus 11. Man sieht schon wieder natürlich Endcontent meistens für Rathaus Level Nummer 11. Weiter. Neu, Minenwerfer Level 10, Rathaus Level Nummer 11. Oh, Schaden vom Minenwerfer Level 8 bis 9 erhöht. Okay, der Minenwerfer bla 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 steht nicht wie viel, aber er wird immer verstärkt von dem Damage bzw. von dem Schaden. Level 8 bis 9. Und Level 10 gibt es dann den Minenwerfer ab Rathaus Level Nummer 11. Skelettzauber lassen, äh, was, lassen jetzt über einen längeren Zeitraum viel mehr Skelette erscheinen. Finde ich gut. Eine Skelettzauber bislang war einfach nur richtig scheiße und dann kommen scheinbar mehr Skelette. Wir kommen dann immer zu den Skeletten bzw. zu den Hexen, die die Skelette herbeirufen. Denn die jungen Damen, übrigens meine Lieblingstruppe bei Clash of Clans, werden noch gebufft, aber noch nicht hier. Wir haben ja drei Sneak Peaks. Ne? Ich wollte ja alles schnell hochladen, so schnell wie es geht, aber ich war ja krank, konnte ich nicht. Mit dem Klonzauber. Geklonte Truppen bleiben jetzt viel länger auf dem Schlachtfeld. Sehr gut, wie lange? Steht dabei. Nein, alles gleich hin. Ihr wisst ja, wenn man klont, dann klont man halt eine Einheit und nach der Zeit ist sie halt weg. Und jetzt bleibt es halt dann länger auf dem Schlachtfeld. Das heißt, der Klonzauber und der Skelettzauber hoffentlich bringen dann mehr nach dem Update. Trefferpunkte. Das Bowler leicht verringert. Bowler ist zur Zeit eh die krasseste Truppe, also ein gemaxter Bowler auf Rathaus Level 11 mit halt den drei Champions dazu. Rasiert einfach alles in den Strich mit Benzin. Aber na cool, da kommt einfach, da gibt es einfach einen Döner oben drauf. Ohne Scheiß, die machen so viel damit. Die Bowler deswegen ein bisschen genervt, ist okay. Vom Damage her vielleicht noch später, keine Ahnung. Andere neue Verbesserungen für Rathaus Level 11. Wie gesagt, High-End-Content. Drache Level 6. Oh, X-Bogen Level 5. Oh mein Gott. 25 zusätzliche Mauerteile. Ja, richtig geil. Da hau ich auf den Tisch mit dem Penis. Wieder 25 Mauern hochpushen, wenn ich Rathaus 11 werde. Geil, macht Bock, kriegt nicht Bock, weil die ja so günstig sind. Vergünstigte Verbesserungen. Geringere Dauer und oder Kosten. Aha, Magier Level 6. Drache Level 3 bis 5. Drachen Baby. Alle Level. Kanone Level 12 bis 13. Bogen Schützen Tor Level 11 bis 13. Verkürzte Zeit. Na toll. Na toll. Obwohl. Obwohl, das meiste habe ich schon geupgradet. Hm, jetzt wird es verkürzt. Das gibt es ja gar nicht. Dankeschön, Supercell. Clan-Krieg-Balance. Verdient euch bei einer fehlgeschlagenen Attacke einen Teil des Bonus. Aha, Angriffe auf niedrigen Rathaus Level. Reguliert den Bonus bei Kriegssiege nicht mehr. Ja, das ist cool. Schwere Ziele gewähren nunmehr Clan-EP bis zu 10. Alles klärchen. Das Ganze hier nochmal aufgelistet und zwar New Defense sieht man hier. Da. Geil. X, X, X-Bau-Lois Level, Wienwerfer und die Tesla-Spule. Die sieht cool aus. Dann die neuen Truppen. Der neue Babydrache sieht sehr schwul aus, aber ist okay. Die sieht dann allgemein nicht so geil aus. Der Leder-Pink hier. Naja, der Mage sieht richtig geil aus. Ich mag das Orange hier. Ist das Orange-Gelb? Orange-Gelb. Sieht echt cool aus, obwohl die Stiefel nicht ganz so zu passen, aber sonst ganz stylisch. Und der Drache, der sieht auch sehr, sehr gut aus, Leute. Neues Drachen-Level. Gut. Ich muss auf Rathaus 11 gehen. Das war Sneak-Pink Nummer 1. Dann geht es weiter mit Sneak-Pink Nummer 2 und zwar hier. Und ich habe es immer schon, ich habe es immer schon gesagt. Warum machen die nicht sowas wie bei Boom Beach? Dass ich einen Knopf drücke und abspeichere. Die Gruppenkombination oder dass ich eine bestimmte Gruppenkombination mit einem Knopf abspeichere und immer wieder neu mache. Ich habe es immer gesagt. Ich habe es mir immer gewünscht. Leute, die meinen Stream gesehen haben oder öfters sehen, wissen es, dass ich es mir immer gewünscht habe. Jetzt kommt es. Na endlich. Danke schön, Supercell. Dafür gibt es... Ich weiß nicht, da kann man mal klatschen. Könnt ihr auch gerne mal. Da kann man mal klatschen. Alles klar. So, haben wir kurz geklatscht. Hier haben wir Supercell. Beziehungsweise hier haben wir das Update. Sneak-Pink Nummer 2. Wie die cool, die da stehen. Gefällt mir das Bild. Die Clash-Truppenausbildung ist ein altes System. Bla, bla, bla. So, wir wollen mal kurz zusammenfassen. Also, es ist so, und zwar gibt es jetzt, wie komplett überarbeitet, wie komplett überarbeitet. Man kann als erstes, das konnte man ja, glaube ich, schon vorher, obwohl das mal wieder rausgenommen ist. Als erstes kann man, wenn man eine Warteschlange erstellt, da kann man die Warteschlange, die da drin sind, gerade hergestellt wird, kann man hin und her schieben. Das geht alles. Wir können ja kurz hier einmal vorlesen. Alle Truppen- und Zauberausbildungen laufen in eigenen, dafür gemachten Tabs ab. Also, neue Übersicht, das ist ganz cool. Das kann ich jetzt schwer erklären. Ich habe auch gerade kein Bild dafür. Sorry, habe ich nicht vorbereitet. Aber, ähm, ihr werdet es dann sehen. Auf jeden Fall, äh, das, äh, warte mal. Ich, 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 wir mal weiter hier. Du kannst jetzt zwei, äh, volle Armeen gleichzeitig trainieren. Das heißt, man kann quasi jetzt zweimal ausbilden. Man kann quasi eine Reihe komplett machen, wie auch immer. Und jetzt kann man so viel ausbilden, dass man zwei Armeen hintereinander klatscht. Was ganz geil ist. Die Schnellausbildung erlaubt es ebenfalls, deine letzte Armee mit einem Klick auszubilden. Genau, und zwar, ich glaube, es gibt drei Armee, genau. Man kann drei Armeepläne, also man kann drei Gruppen- bzw. Truppenkombinationen abspeichern und die per Knopfdruck automatisch herstellen. Zum Beispiel GoWipe, GoWiWi und FarmTruppe, so in der Art würde ich es halt machen. Und das kann man halt einfach abspeichern und per Knopfdruck einfach draufzunehmen und dann werden die automatisch da reingeschoben, was ich halt so gut finde. Oh, das hat immer so viel Zeit in Anspruch genommen, wenn man geboostert. Ich habe halt so viel geboostert früher, du musst es immer einzeln auswählen, was ich so gut finde. So, das dazu. Die, genau, drei Armeepläne können angelegt und gespeichert werden. Und mit einem Klick kann das Ganze trainiert werden, also quasi vorgefertigt. Drei Sachen abspeichern, drücken, zack und sofort wird ausgebildet, alles automatisch. Truppen und Zauber können durch Tippen und Halten neu angeordnet werden, habe ich auch schon gesagt. Man kann quasi in der Warteschlange alles hin und her schieben, wie man es gerne haben möchte. Truppen, die nicht mehr in die Lager passen, trainieren weiter und bekommen einen grünen Haken. Du kannst diese spenden. Oh, das ist natürlich auch sehr, sehr geil. Kasernen werden nun zum Freischalten und zum Verkürzen der Trainingzeit von Truppen genutzt. Kasernen werden nun zum Freischalten und zum Verkürzen der Trainingzeit von Truppen genutzt. Alles gleich hin. Damit dies einmal so funktioniert, wie soll... Okay. Einzelne Truppen werden viel schneller trainiert. Drachen in drei Minuten. Alter Schwede. Viel schneller. Drachen in drei Minuten. Die Trainingszeit einer kompletten Armee sollte ungefähr gleich bleiben. Alles gleich hin. Eine geringe Anzahl an Truppen kostet etwas mehr Juwelen beim Überspringen. Okay. Eine große Truppe an Truppen kostet weniger Juwelen beim Überspringen, was ich auch sehr gut finde. Also, ich habe das ja gesehen in diesem Video. Könnt ihr auch gerne angucken. Übrigens, das ist alles verlinkt in der Beschreibung. Das neue System, wie man Truppen abspeichert, beziehungsweise neue Truppen erstellt, ist großartig und gefällt mir richtig gut. Das ist auf jeden Fall ein Däumchen nach oben an Supercell. Richtig geil. Und dann, der Next Sneak Peek ist dieser hier. Der kam gestern. Der neue Bombenturm. Jaho. Jojojo. Ein neuer Bombenturm. Ein neues Verteidigungsgebäude und zwar der Bombentower. Neu. Bombenturm. Apparataus Stufe 8. Der Bombenturm explodiert in einem kleinen Radius, wenn er zerstört wird. Damit werden Massen an Nahkampftruppen, die ohne einen vorsichtigen Plan heranstürmen, bestraft. Der Bombenturm erschafft viele, viel neuen Spielraum für das Balancing von Massenangriff, die bisher leicht zwischen Superschwach und Superstark schwanken. Das ist schon mal gut. Gut. Das heißt, der Bombentower ist einfach ein neuer Tower. Da ist um so ein Bomber und da wirft die ganze Zeit die Dinger und wenn er kaputt geht, explodiert nochmal eine Riesenbombe unter dem Tower, wo er zerstört wurde. Gut. Das heißt, irgendwie hier Batsch rumspammen. Geht nicht mehr. Nicht mehr. Trefferpunkte der Hexe massiv erhöht und Schaden geringfügig erhöht. Das ist das krasse Update, wovon ich rede. Die Hexen sind wieder so OP geworden. Ja, die Hexen werden einfach gebufft vom Damage und massiv von der HP. Das ist so unnormal. Ohne Witz. Also, gebuxte Hexen zerstören einfach wieder alles. Haben sie extra gemacht, genervt. Jetzt können sie es wieder. Ich hab keine Ahnung, wieso. Riesenbomben verüben nicht länger 1,5 Prozent, also 1,5 fachen Schaden an Schweinereiter. Das ist auch krass. Also, die Schweinereiter kommen zurück, sie sind wieder da und sie können wieder einfach alles auf 3 drücken. Also, 9er, äh, gegen Rathaus 9er einfach nur noch mass Schweinereiter, obwohl man den Bomb-Tower hat. Fragezeichen. Keine Ahnung, ob das dagegen wirkt, aber Schweine, beziehungsweise die Schweinebärreiter, wie ich sie nenne, die sind wieder krass dabei, weil sie einfach nicht mehr von Riesenbomben so schnell zerbumst werden. Ja, das kam gestern und heute. Das weitere Update, das wurde vor ein paar Stunden veröffentlicht von Clash of Clans von Supercell. Und zwar gibt es nun Freundschaftskriege. Man kann jetzt einen befreudeten Clan, ähm, herausfordern und mit dem einen Freundschaftskrieg machen. Was ich sehr cool finde, man kann Turniere machen. Turniere im Stream, Fragezeichen, könnte man machen. Ja, in Freundschaftskriegen können zwei Clans mit benutzerdefinierten Einstellungen und Regelungen gegen einen da antreten. Schau das Tutorial an, bla bla. Also hier gibt es immer Videos dazu, kann ich nur empfehlen, die sind echt gut gemacht. Infos zu Freundschaftskriegen, Herausforderungen zu Freundschaftskriegen, können das Clans-Profil verschickt werden. Also auf jeden Fall, man kann einfach, man kann an einen anderen Clans was schicken und man kann von 5 gegen 5 bis 50 gegen 50 das Ganze durchführen. Man kann auch einstellen, wie lange der Krieg geht, wie lange die Vorbereitung geht. 1, 2, 3, 6, 8 Stunden, glaube ich, kann man da einstellen. Das ist ganz cool und das ist sehr cool, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall war es das grob zusammengefasst, sind jetzt doch 13 Minuten geworden. Und ich hoffe trotzdem, ihr wisst Bescheid, was kommt nochmal kurz in der Übersicht. Also hier als erstes Freundschaftskriege, dann gibt es einen neuen Bomb-Tower, beziehungsweise die Hexen werden gebufft des Todes. Dann Armeesystem, Trainingssystem wird überarbeitet. Man kann Gruppenkombinationen abspeichern, 3 an der Zahl, was ich sehr, sehr geil finde. Und man kann einfach mobiler und besser alles ausbilden. Und Nummer 3 war dies hier. Da sind allgemeine Balanceänderungen mit ganz, ganz, ganz geilen Sachen, wie zum Beispiel neue Defense-Level für X-Bau, Minenwerfer und viele Tessas-Spüle, beziehungsweise neue Truppen. Alles für Rathaus L4, Babydrache, Magier und der Drache. Babydrache und Drache, oh, das ist süß. Ja, das war es von dem Update bislang. Die Nests, die Picks werde ich also so schnell wie möglich wieder rausklatschen und dazu mal ein extra Video machen. Sorry, dass ich das hier nicht machen konnte, denn, ähm, krank, sorry. Und es solltet auf jeden Fall auch jetzt wieder, wenn, ähm, also mir heute geht es mir echt gut. Und ich hoffe, das wird dann morgen so sein, dass ich fast komplett gesund wieder bin. Das wäre ganz cool. Und dann wird es auf jeden Fall wieder regelmäßig Videos geben. Wenn es euch irgendwie gefallen hat, dann schreibt es auf jeden Fall einen Kommentar. Und schreibt gerne eure Meinung zu diesen Updates, die kommen auch gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt und ich muss ehrlich sagen, ich hab so langsam wieder Bock auf das Spiel. Also, die Änderungen sind cool. Die sind echt cool. Und ich glaube, Potenzial ist da. Für mich bislang das größte Clash of Clans Update. Und wir hoffen noch auf weitere geile Sneakpicks. Haufen Supernusser-Boys, hereingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Bis zum nächsten Mal.